das nächste taschenmesser total im jahrzehnt für 495 euro kostet so genau so viel wie diese hier im blau ist hier in grün das heißt wir haben hier kombination aus holz das ist also muss baumholz genauso wie bei den blauen und diese wunderschöne waben konstruktion hier aus aluminium und hier haben wir auch noch mal ein bisschen mehr färbung also nicht nur grün und hellgrün sondern auch wirklich noch arbeiten teilweise andere farben also wirklich absolut schön hier kann man wirklich aus seiner fantasie spielen lassen das sage ich immer wieder dass man sich alles möglich ist hier drunter vorstellt die verarbeitung ist wirklich absolut schön war hier mit dem finger drüber geht alles eben alles glatt alles richtig richtig toll und die lochage autos bei allen relativ ähnlich bei der ganzen edition